Hallo zusammen, Olivia Maciejowski, mein Name, von der Agentur Urban Skills. Das ist eine Agentur für lebendige Potenzialentfaltung. Und in dem Workshop Vorbild sein, Führung fängt bei sich an, geht es darum, noch mal zu schauen, okay, wie führe ich, wie möchte ich, dass die Leute mir folgen und was kann ich tun, dass die Leute Spaß daran haben, mit mir zusammen zu arbeiten. Was sie mitnehmen können, sind ganz viele Erkenntnisse, Erfahrungen, neue Ideen, neue Ansätze, vielleicht innovative, ja, neue Wege. Wir sehen uns dann am 16.09.2019 von 17 bis 20 Uhr in Tuttlingen und ich freue mich, wenn du dabei bist.